Die Europäische Datenschutzverordnung wird Realität werden. Wann hängt jetzt am Rat? Der muss liefern. Horticulturen ist nicht ein Hobby. Es ist auch wert über 9 Billionen für die UK-Economie allein. Ich habe ein Platz für diese Proposal, Kommissionär, und es ist auf meinem Kompost-Heap, wo es braucht und röt. Die Kommission hat folgt die Debatte sehr nahe und macht alle die Kommentare, die wurden gemacht. Aber ich möchte wiederholfen die Kommission nicht die Proposal ab. Wenn wir die Konten ab, auf den Kompost, 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 auf den Kompost. Das ist ungefähr 2.000 Euro für die Europäische Datenschutz. Mit dem Unemployment ist es noch ein Problem in Europa und in Europa. Herr Farage denkt, dass es ein faires Verwendung der Geld, nämlich seine Sekretärer, nicht nur für seine Frau, Kirsten, aber seine formeren Frau, Annabel Fuller? Ist das ein Responsvolles Verwendung der Geld, Herr Farage? In den Kompost, die Strategie der Europäische Datenschutz war, auf die Solidarität zu erhöhen. Ich habe gut gehört, die Kommission zu sagen, dass die Demokratische Kontrolle war in Ordnung. Was ich sehe, ist, dass wenn Sie mit einem Fügel unter der Tempel nicht sagen können, dass Ihre Entscheidungen sind frei. Ich glaube, wir sollen sehen, dass der Freiheitswille eines Volkes von entscheidender Bedeutung ist. Wir hören, die Koppel nicht mehr. Wir werden uns verhöhlen. Für die Menschen sind ein Lieber, eines in der Grave,